Fünf Fragen, fünf Antworten zum Bachelor Multimedia Art. Worum geht's im Studiengang? Im Studiengang Multimedia Art geht es um mehr oder weniger drei große Punkte. A. Technologie, weil wir Technologie benutzen, um unsere Werke zu erstellen, und zwar State-of-the-Art-Technologie. A. Technologie, dann Kreativität. Das ist der schwierigere Teil, weil kreativ zu sein ist extrem kompliziert und muss hart trainiert und gelernt werden, und das machen wir. A. Und um Kunst, weil Kunst uns inspiriert und uns mehr oder weniger beeinflusst in unseren Werken, in unserem Arbeiten. A. Das heißt, dieses Trio Kreativität, Technologie und Kunst ist eigentlich das, auf das man Multimedia Art zusammenschmelzen kann. Welche Schwerpunkte gibt es? A. Die Schwerpunkte bei Multimedia Art sind Audio, Film, Kommunikationsdesign, was Print, Web, die gesamte digitale Kommunikation, die klassische betrifft, und Computeranimation mit Spiel dabei, Computergames. Welche Karriereaussichten oder Jobmöglichkeiten hat man? A. Die Karriereaussichten sind breit gefächert, siedeln sich zum Großteil der Kreativindustrie an, in Designagenturen, in Werbeagenturen, bei Filmproduktionen, bei Audio-Studios, aber auch in der Selbstständigkeit, wo sich Studierende in kleinen Spiele-Game-Studios selbstständig machen, auch als freie Konzeptioner und ein geringerer Teil, aber dennoch auch als freier Kunst, Künstler, Künstlerin. A. Wie läuft das Bewerbungsverfahren? A. Das Bewerbungsverfahren ist zweiteilig. Es startet mit einem Bewerbungsprojekt. Das heißt, jeder Fachbereich von denen, die ich erwähnt habe, gibt eine Aufgabe aus, ein exklusives Werk zu erstellen. Das ist im Filmbereich etwas anderes als im Kommunikationsdesign zum Beispiel. Diese Werke werden eingesandt zu uns, inklusive natürlich den regulären Bewerbungsunterlagen wie Lebensläufe, Zeugnisse und so weiter. A. Und daraus filtern wir dann die raus, von denen wir glauben, sie sind besonders kreativ oder sie haben das Talent, bei uns sich weiterbilden zu können. Und die laden wir zu einem Vorstellungsgespräch ein. Und aus diesem Vorstellungsgespräch filtern wir dann notgedrungen, weil wir natürlich nur begrenzte Plätze haben, nochmal eine Anzahl von Studierenden raus, die dann bei uns studieren dürfen. A. Wie sieht es aus mit Auslandssemester oder Praktikum? Bei Multimediat kann man Auslandssemester machen. Diese Auslandssemester sind verbunden mit Partneruniversitäten, die wir um die ganze Welt haben. Wir haben ein Pflichtpraktikum im fünften Semester und diese Pflichtpraktikas in den vier Fachbereichen verteilen sich auch um die ganze Welt. Es geht von Österreich über England, Frankreich bis hin nach Südafrika, Südamerika, Mexiko. Wir sind wirklich bei den Praktikumsstellen auf der ganzen Welt mit Multimediat präsent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017